Abbruch und Holz bitte. Jetzt wird es zurückgeschlagen. Nimm es auf. Wir brauchen aber eine Leiter. Kann einer eine Leiter holen? Ich hole eine. Eine. Erstmal eine. Wer will? Ich. Tür ist offen. Geh weg, Gotti. Kein Plan, also. Das sieht mir nicht wie eine Ray-Bass aus. Anders. Anders. Warte mal, eine Leiter brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können uns nicht durchspringen. Durch. Flammen. Hier liegt keiner. Hier ist 8. Also keine Leiter jetzt? Doch, komm. Komm. Jetzt kann ich alles da rein. Na ja. Ist der überhaupt ein Sack? Nee, ne? Doch. Oh, wow. Nice. Ist da Holz? Ja. Hast du einen Bauplatz? Da. Nee, habe ich nicht. Du brauchst keine Leiter zu setzen. Robert, danke, Energetix. Sehr nett von dir. Ich bin jetzt da. Ähm, die Leiter können wir dich mitnehmen, die da draußen dran hängt, ne? Doch. Doch. Brauchen wir dich einen Bauschrank für? Nein. Gut. Ich kann sie nehmen. Ja, dann nimm. Okay. Was ist denn? Was? Die ist vorne am Eingang. Nimm die jetzt hier unten. Drei Jahre später. Ich bin zuerst dran. Haha. Haha. Ja, na ja. Dann wird das halt die Raid Race sein, die da steht. Ja, wo du das Turret drauf hast. Das ist doch Bescheid. Auch falls wir das nächste drauf machen. Los, surf! Wow. Ja, wir werden jetzt diesen Airdrop, äh, callen. In der Zwischenzeit gehen wir die Raid Race rein. Äh, ähm. Hm, hm. Oh, hm. Salah. Jetzt ist der blutige Anfänger. Jawoll. Und der Profi. Woo. Oh, ja. Nice. Falsch. Wer hat denn noch was zum Ballern? Ich hab nur den Schalldämpfer. Ich hab aber keine. Hm. Keine. Abmarsch! Die liegt da drinnen. Hol. Los. Zack, zack. Äh, äh. Ja. 120. Äh, 22. Hm. Kannst du direkt in Doppel-Door und Dings, äh, Code-Locker. Ja, ab. Rot-Polz, bitte. Ja. Wie gesagt, noch ein, wie gesagt, noch ein Nitsch. Hm. Doppel-Tür. Oh, warte mal. Was ist jetzt? Oh, nee, einen Schuss hab ich übrig. Also, du hast nur eine Tür, 63 Schuss. Aber die Base, die, nee, die Kate nicht, sorry. Ist mega schlecht gemacht, Alter. Können wir uns hier reinspringen, äh, wenn wir jetzt gecountet hätten. Ja, gut, wir hatten hier noch einen hingestellt. Hier vorne, wo ich jetzt bin, statt noch ein Dreieck. Da wird auch noch eine gewesen sein. Da kommt der AirTrop auch schon. Oh. Kommt der Energie? Ja, der kommt schon. Ja, ich bin noch da. Oh. Sehlich, da vorne ist einer ohne, ohne Grünpunkt. Das schießt ihn. Oh. Oh, Mann. Hahaha. Du, du, du. Wo? Los, spreng Rinder in den Scheiß. Mache. Ja. Let's go. Sind bald wieder dunkel, ey. 117 noch. Okay. 53 stopp ja da liegt er noch meins so abhacken warte mal hat er ein schloss man ist da ein schloss dran ich kann ihn nicht autorisieren der has railed weil da max 5 sind so jetzt es können sich nur 5 leute an baustausch oha wieviel sind das alter 4 leute naja wenns 4 sind und ich werde 5 nein ich war der fünfte ach so setz mal die tür ja der typ heißt think mhm sagt mir aber nix die hab ich noch nicht gesehen bis jetzt gar nicht haben sich noch leute gecallt oder was um ich hab nichts mehr zu äh ich hab noch da steht nur eigentlich great wow ja was sollte sonst da weiß ich nicht vielleicht haben sie da ich hab noch heute mit anderen ne ich weiß schon ich dachte da ist kein Bauschrank mehr ist ok da kommt ja er drauf ja 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 wo ist die tür offen hier hinten alle türen offen was soll das denn ich bin doch du bist da drin ok wo bleibt denn der Erdrock ist natürlich kacke wenn er auf dem Dach landet ich geh hoch da fährt ein boot auf 250 ok wo ist die bolt wo ist die bolt die fahren weg also die fährt in die andere ja die haben bestimmt die base gesehen und dachten sich ah ne der ist gecallt ja oh 287 mal stoff wieder oder die fahren rum die kommen von der anderen Seite da ja ist auf jeden Fall nach rechts hinten raus da ist dann nach rechts raus ne da kommen sie nicht rum ja vielleicht haben sie auch jemanden abgesetzt auf der Stelle kann auch sein also scheint so als wenn der wirklich auf das Dach landet oder? ne dahinter könnte er landen oder dahinter ich schalte mir hier vorne ausschauen dann geh ich nach hinten ja der kommt auf jeden Fall ja der landet hinter der base hier ungefähr so es wird dunkel mach hin äh in einer Stunde ziehen kommt der nächste Heli hoffentlich dann mit Raketenwerfer und Raketen Richtung 210 was ist das aus zwick äh gehört uns mhm das war der Schuss beim äh Kriegen äh oh Turret ok sofort leeren Hallo Salafur Hallo Salafur Hallo Salafur gut wenn er nicht Hallo sagt soll ich jetzt mit der Folge auf Wiedersehen bisόl geht und ich ich Bis zum nächsten Mal.